und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Levy mit am Start der Roro ja hallo ja die BKA ist ja hier die will ja kaum noch was aufnehmen hier die ist ja jetzt so knackevoll wir sind ja auch schon bei 27.000 mh den Netz steigt oh yeah nur so halt warten bis die jetzt da unten wieder leer ist damit wir neu reinkippen können inzwischenzeit tanken wir hier mal ein Roro ab mh ja, wäre angebracht fahr mal mal Ruhe aus hehehe so soll ich dem bleiben oder willst du mal unterwegs? na ich mach jetzt mal mit Außenansicht ja mach das ja wir haben immer noch nicht geguckt nach nem Kaffee-Mod ja haben wir auch schon vor weißt du irgendwie für Folgen schon mal gequatscht ne? ja das ist schon ja ja ich weiß du bist ja so vergesslich sorgterische sorgterische das ist schon ja ja ich bin schon ja ja ich bin schon ja wenn du jetzt noch mal die Runde machst könnten wir eigentlich einen Krupp ansetzen ja meins ich würde noch ein kleines bisschen warten ich geh noch mal runter weiter weg auch gucken ja gut wenn wir jetzt ein bisschen mehr Geld haben und so könnten wir ja einen größeren Trecker holen und so ne? oder irgendwas anderes müssen wir mal überlegen müssen wir mal schauen und den LKW wird auch ne LKW ja der hat ja die Höhe mit dem Großen ja oh und da passt halt oben weitaus mehr rein ja ich meine aber auch den Anhänger weil ein kleine so nen kleinen Trecker kannst du nicht mit dem großen hohen äh äh Anhänger entladen es geht nicht da ist das Rohr niedriger wie der Anhänger ist bei dem Großen geht's ja bei dem Großen geht's ja wir haben den Großen ja da ja auch ich meine nur ach so 74.921 und du hast jetzt wieviel? ich habe jetzt 60 boah da muss Geld gleich rein für den Mähdrescher der rentiert sich ja das stimmt muss man schnell weiter groß man muss man schnell weiter das wird jetzt quasi so ein bisschen fliegender Wechsel bei mir immer mal hin und her switchen ich schaue jetzt bei den Ausrohrer wieviel bist du? doch ne der ist bei 33 das dauert noch vor allem es braucht es auch es ist ein bisschen los los Ich denke mal noch, zweimal muss ich noch fahren. Also einmal hoch und einmal runter fahren und dann ist es fertig. Können wir doch schon mal einen Gruppe ansetzen? Ja, das könntest du ja. Aber machen wir, musst du mal noch beizen. Das brauchen wir. 79.000. Schaffe ich das? Ist das so breit? Weizen, sagst du? Weizen. Hopp, schon eine Weile nicht mehr. Ja, deswegen ja. Ganz schmalen Rand habe ich ja noch. Würde ich dann doch nochmal fahren. Ich dachte, ich schaff's doch mit einmal, aber nee. Das ist doch nicht so wild. So, Kropos angesetzt. Jo. Wie voll bist? 60 Prozent. Lass mich mal noch runter fahren. Ich fahr den Traktor jetzt runter und dann kannst du ja hier vollkneiden. Ja. Kann ich eigentlich schon mal was vorfahren? Da bist du doch extrem schief gefahren hier. Nein, das ist nur schief gewachsen. Nee, nee, du bist schief gefahren. Das sieht man da an der Fahrspur hier. Das fällt auf, Ruh, und das kannst du nicht vertuschen. Ach. Ich denke, du wolltest mich abdanken. Ja, du musst dann nochmal runter fahren. Ja, ich dachte, ja. Habt ihr den Traktor schon parat gestellt? Ich bin doch schon wieder unten bei der Solage. 80.000 Rohr. 80.000! Cool, ey. Ich hab 65. Und Füllstand ist hier noch bei 22 Prozent. Ja, muss noch ein bisschen warten. Ja, hier von der Solage noch, ja, was noch drin ist. Achso, das meinst du. Und wir haben noch nicht schon mal Ernte verkauft, ne? Wir sind schon bei 80.000, also das ist geil. Das stimmt. Und wir haben ja bis mal aus der Sicht, ja. 28.000. Okay, mehr kann ich gar nicht verkaufen. Und Motor wieder ausmachen. Switchen wieder rum. Und Füllst du in den anderen Hänger? Achso, vorne. Ja, der war da auch noch voll. Okay, das war's schon. Ist schon leer? Ja. Okay. Vorerst den Traktor schon mal weiter vor, aufs andere Feld. So, weiter jetzt. Okay, das geht wieder so los. Jawohl. 38.000. Hm. Und weiter groß, wenn. Okay. Da bin ich auch erst bei 53 Prozent. Mhm. Oh, läuft. Geldtechnisch sieht's jetzt ruhig gut aus bei uns? Ja, da können wir uns nicht beklagen. So eine Investition muss aber halt auch sein, ne? Ja, muss ja auch sein. Und es wird ja nur noch besser mit jeder Investition eigentlich. Hm, das stimmt. Wie voll bist du? Äh, 21. Ja, wie gesagt, da brauchst du nicht so oft. Ja, wie gesagt, da brauchst du nicht so oft. Ja, wie gesagt, da brauchst du nicht so oft. Ja. Ja. Wie gesagt, da brauchst du nicht so oft. Wie gesagt, da brauchst du nicht so oft. Ja. 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 Und jetzt gibt es noch mal Kohle. Kohle. Da habe ich noch ein bisschen Silage reingeschmissen. 5.000, 8.000. Das ist schon ekelhaft, wie die Schaufel immer nachzieht. Ja, das ist komisch. So, 21% ist noch Vierstand jetzt. Es neigt sich dem Ende zu. Ja, neigt sich. So, aber noch genug drinnen. 88.000. 74. 75.000. Wie viel kam der LKW? Äh, ich guck. Was hattest du da? Hattest du da irgendwie gesagt? Wie viel heißt der noch? Der kam 158.500. Ja, haben wir ja bald. Ja, und dann noch ein Anhänger. Die musste noch dazu. Das hält aber locker wieder drinnen. Mhm. Was kostet der einen Anhänger und 25.000, ne? Ne. Ich weiß es jetzt noch nicht mehr. Okay, 90.000, 99. Ja, Krämer auch schon. Ja, passt aber ne Menge rein, ne? Wo jetzt, hä? Ja, ne, Anhänger. So, du bist da, ich komm dich mal abtanken. Ich bin da erst mal 73. Ja, du kannst erst mal den ersten Hänger und dann den zweiten. Aber der erste ist ja gleich voll und der zweite den doch auch gleich voll kriegen. Gut, ich halte gleich an. Ich halte an. Äh, ich glaub der ist voll. Ja, der fährt sich auch. Gut. Statt. Ja, also der erste ist schon voll. Und 66 Prozent. Das wäre hinzüglich. Und? Also ich bin der. Okay. Ich bin jetzt bei 83 Prozent ja mit dem Hänger. Wie weit ist denn der Krupper? Ach, der Krupper ist auch gleich fertig. Ja. Ja. Schön. Oh, so. Bombe. Bombe. Das läuft bei uns. Hm. Ja. Kann ich ja gleich nochmal die Schaufel voll machen. Ja. 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 wield! So, gleich sind wir da unten angekommen. Zu welcher Seite steht das Rohr jetzt bei dir? Kannst mich abladen, wenn du willst. Und wir sind am folgenden Ende. Ja liebe Leute, das wars schon wieder für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Kommentar da. Ich muss auch weiter rechts. Oh Gott, oh Gott. Daumen oder Abo oder alles. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.